nein nein der ist auf deiner seite moin fiancia so können wir halt einfach besser und schneller kommunizieren und es sollte noch mal ein tick schneller gehen hoffentlich ok das mal skippe ich jetzt aber auch hier soll anscheinend noch ein zweites rätsel sein ah tatsache okay du kannst hier in den abgrund runter gucken und da ist ein zweites rätsel das sind zwei andere symbole dran schoss und gräbern müssen das mal andere symbole eingeben das ist ein kelch man kann doppelkelch ja ich glaube ich aber habe dann leuchtturm mit einer spitze drauf habe ich im stream ach so hey das ist so noch besser passt hier den ding klingel das ist ja toll ist so mache ich nicht ein stream auch auf jetzt gehen wir voll entschieden modus es hat sich irgendwas bewegt ich weiß nicht was jetzt gehen wir einfach voll und guck mich jetzt gerade um tatsache bei mir ist ein raum aufgegangen mit einem lichthebel drin und mit dem buch das auf die särge hinweist naja wir haben das erste rätsel übersprungen sozusagen okay die blume mit den zwei ecken drauf zwei eckchen obendrauf dann die blume die oben offen ist und dann finde ich kein sag mal weil ich blind bin ach hier was die blume die stoppuhr oben offen ist die hast du schon sehe ich das ist die wo schon hart ist links diese oben offen und dann die stoppuhr ja okay hier wollen wir auch ich weiß noch wo das war habe ich hier einen zweiten bei mir war keiner mehr gewesen doch in dem raum hatte ich ja ein war dabei auch einer also nee ich ja du hast einen hinter den türen gehabt ich habe aber hier bei mir wo ich bin keinen mehr gab glaube ich was bei der treppe war der erste bei dir ok 6 uhr 6 uhr 8 uhr 2 uhr 4 uhr 4 uhr 8 uhr 4 uhr 8 uhr 8 uhr 6 8 2 4 10 12 4 uhr 8 uhr 8 uhr 8 uhr 8 uhr 8 uhr 9 8 uhr 6 uhr 9 9 9 10 12 ok guckst du einfach beim streamer voll der cheat modus hier blau bin ich geht so rot ok voll der cheat modus hier drittes mal speedrunning es ist so viel einfacher wenn du es einfach angucken kannst es ist der spaß an dem spiel sachen mitzuteilen und was man sieht und rauszufinden fertig es müsste da irgendwo tür aufgehen oder also du hoch gehst wahrscheinlich die mitte haben wir ja noch ach so stimmt ja fangen bei dem durchgestrichenen auge an und dann siehst du es bei mir und dann musst du so schräg rüber zack 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 ich lasse es dir einfach da darfst du arbeiten so witzige speedrun ok alles klar wir sind beim dritten durchlaufe des special ende hoffentlich denk an den hebel links bei der hebel ist betätigt man müsste jetzt irgendwo die tür mehr aufgehen wenn du die treppe hoch gehst tatsache ok ok zeig mir den sei scheiß würfel ok ähm ok so nicht das ist er auch nicht dreieck dreieck vier eck gegenüber was ist er warte jetzt du musst dir unbedingt mal im replay angucken wo du das mit den treppen machst hast du ja diese eine treppe mann die ist die ist schon weg gegangen unter meinen füßen dann ging es auf das war zu gut ok ähm was haben wir denn hier das ist ein dreieck 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 gegen hey ist das der erste würfel das passt oder äh ja ok ok morgens ist es nicht und 53 Ah ne, die Norden zeigt ja auch jetzt aufs Viereck drauf, ne? Shit, ich hab mich verguckt. Ja, ja, Viereck. Das Viereck, dann sind neben ihm die zwei, stimmt. Gegenüber sind fünf, das müsste das sein, ich hoffe es. Das müsste das schon sein. Hoffentlich war es das. Hilfe! War es das? Ja, war es. Ja, also. Das Spiel ist voll spaßig. Es ist ein dritter Dach. Wir werden jetzt einmal das Ball rauskommen, unglaublich. So, hier habe ich den Lichtheber gedrückt. Ach, du bist jetzt bei den Mighty. Ho, ho, ho. Hm. Jetzt habe ich schon wieder einen Hebel gedrückt. Das war der nämlich auf dem Gang. Konnte man nicht übersehen. So. Hier, Krane, ich habe dieses Schwert hier. Da rechten Seite. Oh Gott, wie sieht denn das anders aus? Interessant, ne? Äh, nee, ich hätte uns jetzt für zwei Leute gedacht. Der erste Teil ist kostenlos. Kann man einfach mal anzocken. Der zweite kostet dann was. Bei der ersten Mauer hast du mehr Zeit. Deswegen habe ich auch das die Händen gemacht. Kannst du dir auch nach dem zweiten Schwert ausschalten. Das ist dieser Säbel. Genau. Rechte Hand war es. Bei dem Kranich. Das ist der Säbel. Bei dem Dachs. Das Schwert. Oder Wolfen. Das Schwert. Das erste, was okay ist, ist halt kürzer, aber für die Bels. Zweite ist dann schon ein bisschen länger. Äh, links oder rechts? Äh, links. Oh, falsch. Sag mir nochmal. Das war das Falsche. Das war das Falsche. Ja, du musst einen anderen selber nehmen. Außer gekrümmt, so ähnlich. Aber das ist anders aus. Du musst bloß zurück machen, weil sonst sehe ich es nicht so. Der ist auf der einen Seite gerade. Die Cheaten jetzt muss gehabt beim dritten Mal, weil wir einfach das Ende sehen wollen. Und nicht nochmal alles ewig beschreiben. Cheaters Ahoy. Hallo und willkommen, Schubsi. Bei Duffles Virtualer Couch. Das war's creepy. Achso. Ähm, ja, hier bei dem Dachs. Du hast dieses Schild und dann das Schwert aus der Freunde. Da hat das, das rechts ist. Wie das hießt. Ähm. Hast du noch Zeit mit der Wand? Speed ran, keine Zeit. Okay, das ist der dicke Kolben. Ich kenne nur dicke Kolben. Verrechte Seite ran, fertig. Das ist echt der Speed ran, hier. Ähm. Schalter drückt. Ich hoffe, war da noch einer im Raum? Bei mir war da noch. Achso. Da ist noch bei mir einer. Okay. Ach, das sind die Bilderchen. Ach, das sollte doch auch einfacher sein. Ich weiß nicht, ob ich sie da einfach so zeige in meinem Stream. Na, kurzer Klang, wo wir es brauchen, weil ich es nicht genau sehe, immer. Klinger, kurz fertig. Kann so machen, anklicken. So ist es. Kurz fertig. Interessant, ich bin immer hinten rumgerannt. Zwischen den zwei Gemälden. Mit dem Dolch. Schau, ich habe die richtige Seite quer, da kannst du viel stehen bleiben und einen anderen laufen lassen. Das ist toll. Das ist der Brunnen da unten. Der Brunnen ist unten, den legt mich nicht, oder? Ja, das ist der Brunnen, ja, das ist recht dunkel, ne? Ja, nie, der liegt auf dem Overlay von mir drüber. So, das Bild. Ah, es ist fertig. Das war das Bild. Duffel arbeitet ganz alleine, ja. So ist es mit meinen Moderatoren. Ja, zweiter ist der König, der guckt. Ich wollte gerade irgendwas sagen, so ist es wie bei meinen Moderatoren und Freundinnen. Das wäre aber so ein Selbstes gewesen, der nicht stimmt. Ja, die mit den Pfeilen. Und unten sind es das mit den Schildern und Schwert. Drei Pfeile in der Brust. Dammit. Slater Stream. Das war ein Scheiß. Ja, was habe ich denn hier für ein Delay? Drittes Bild. Achso, das sollte ich schon zeigen. Da arbeitet er viel zu schnell. Muss ich mir schwierigere Aufgaben geben. Na, passt schon. Jetzt sieh. Kurzbeartige rechts, ne. Die eine mit einem Pfeil und unten sind es diese massigen Bäume. Massigen Bäume? Ja, guckst du an. Was haben wir nicht so hingucken? Ich sehe es nicht. Ich habe es doch schon anders hintan. Es war teilweise ab sechs Sekunden. Die weißen Bäume, bitte. Die weißen Bäume. Es war nach der Zehe. Irgendwo war bei dir noch ein Schalter drin, oder? Schon betätigt, dass die links drin. Fight for the King. Destroy the enemies. Aber ich kann noch kurz mal rechts gucken. Da war der. Ich mache gleich einen Blick drauf. Okay. Dann lass du wieder arbeiten. Achso, ich darf nicht arbeiten. Ist egal, ob ich sehe es. Das ist ja, ich arbeite. Unglaublich. Aber ich sehe es ja nicht live. Das ist so ein bisschen los. Du hast es vorhin so schön gelöst. Irgendwo von der Seite drauf gucken eben. Gott, hier ist es dunkel. Gott, hier ist es dunkel. Okay. Ein vor. Ja, es ist halt auf meinem schlechten Monitor, okay. Eins links. Zwei vorne. Drei rechts. Zwei nach vorne. Und ganz nach links. Ich habe es von da drauf guckt. Ich habe immer von oben drauf guckt. Ich habe es gelöst. Eins nach links. Vier nach vorne. Es geht dann. Da gehen noch drei. Dann eins nach rechts. Eins nach vorne. Noch eins nach vorne. Eins nach links. Eins nach rechts. Und eins nach vorne. Ich habe eins nach vorne. Achso. Das hat irgendwie nach links noch mal angefangen. Ich glaube, wir sind irgendwie längs. Wie habe ich das gelöst? Ich weiß es gar nicht. Ziemlich lange. Eins nach links. Vier nach vorne, wenn es geht. Das war drei nach vorne. Dann wahrscheinlich wieder eins nach rechts und nach vorne. Genau. Gott, ist der Staub auf dem Monitor. Oh shit, jetzt habe ich einen Strich im Monitor mit dem Finger drüber bin. Shit, ist der drüber staub. Das heißt, ich habe es mal, ich bin da noch näher rangegangen. Ich glaube, ich glaube, eins nach vorne, eins nach links, eins nach vorne, eins nach links, eins nach vorne, eins nach rechts, eins zurück, zwei nach rechts. Das klingt richtig. Äh, nach vorne, irgendwie? Drei nach vorne war das, glaube ich, und dann hast du irgendwas noch gesagt. Eins, eins links, eins nach vorne. Aha, passt, genau so war das. Ich muss das durch, genau. Gott. Da brauchst du noch eine Hilfe. Ja, klar, klar. Das ist so gucken und live, das ist schon. Okay, dann, ich bin da. Du kannst drauf. Ähm. Äh. Links. Und links. Und geradeaus. Also, erst links laufen. Noch mal links. Und dann geradeaus. Okay. Ähm. So, rechts. Ähm. Und dann so, dann läufst du auf dem äußeren Ring und dann kommt eine kurze Mauer auf dem äußeren Ring, indem du gehst und links, rechts läufst. Und dann weiter auf dem äußeren wieder laufen. Du wirst also auf dem äußeren bleiben, du musst bloß jetzt, genau, weiter, 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 weiter. Und dann diese Mauer kurz umgehen und gerade durch. Genau. Ähm. Uh. Acht, meine Güte. Gürtchen. Siehst du das bei mir? Ja. Du musst so am äußeren Mittel, äußere Mittel. Du musst im Endeffekt hier so lang laufen und dann in den Inneren und dann wieder raus bis zum ganz Äußeren und dann wieder raus bis zum ganz Inneren. Jetzt raus zum Äußeren und jetzt wieder ganz rein zum Inneren. Genau. Das war gut. War kompliziert zu laufen. Oh, da muss man jetzt über die Mitte durch. Das ist neu. Äh. Ach, scheiße. Okay. Du musst, also wenn du es jetzt davor, dann rechts durch die Mitte durch, dann ganz geradeaus bis zum zweiten Ring. Dann links, dann links, da bist du im äußeren Ring, der läuft schon ewig lang. Dann rechts und rechts. Okay, also jetzt rechts. Ja, genau. Rechts durch die Mitte durch, ganz gerade durch, bis du im zweiten Ring bist wieder in der Mitte. Okay, und da links. Und dann rechts, 180, oder? Und dann rechts und da 80, genau. Ja, muss man beim Laufen fahren. Ja, ich sag's nochmal. Ja, ja. So, genau. Jetzt ist gerade durch die Mitte durch, rechts, äh, doch links, packst du schon aus, shit, zu spät. Oh, das geht. Okay. Da durch, dann links und dann rechts. Okay, also nochmal durch die Mitte durch. Dann links und dann rechts. Genau. Links, andere rechts, 180, dann lang, lang laufen. Dann die erste rechts. Und nochmal rechts und durch. Ah, nice. Okay. Jetzt musst du es in die Mitte schaffen. Äh, okay, da geht's nur da raus. The fuck. Es gibt ja eigentlich fast nur einen Weg. Äh, du läufst raus bis zum äußeren, dann sprittest du fast komplett außenrum. Dann die erste rechts, die erste links, die erste rechts. Du musst drin. Okay. Es gibt fast nur einen Weg. Muss voll sprunnen. Rechts, rechts, links. Also, sag schon mal an, rechts. Jetzt gerade nach hausen und rechts. Lange, lange, lange laufen. Die erste rechts. Hast du noch ein Stück? Go, 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 go. Erste rechts, 180. Laufen, laufen, laufen. Der erste links. Laufen, laufen, laufen. Und die Mitte rein. Passt. Good job. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendeinen dummen Hebel vergessen. Könnten nicht Speedrunner werden im Spiel. Hallo, SR71? Mit einer anderen Farbe? What the fuck? Wer ist das für ein Fake? Was ist das für ein Faker? Ich habe meine Farbe genommen. Aha, ein Faker. Bist du hier? Ja. Ja, dann sag mal das erste an. Achso, ich gucke ja bei dir und gucke. Ha, lol. Stimmt. Das ist nach oben. Da lehnt das sich zurück, dass ich gucke. Dann haben wir den. Ach, ups, ich soll es natürlich abwarten, bis es durch ist. Wahrscheinlich kannst du es schneller sagen. Ähm. Hallibock. Ähm. Das Dreieck nach oben. Dann das... Genau. Den Kreis. Jetzt sehe ich es aber auch. Vierk mit dem Vierk. Er ist noch falsch, das Vierk. Er ist Vierk, das ist falsch, ja. Was ist das nächste? Doppeltrapeze. Ah, okay, da war es so. Okay, passt schon, ich schaffe das alleine. Und dann diese zwei Parallelogramme ineinander mit dem fehlenden Strichen. Ach, der ist vorbeigeschaltet. Ach, da war es schon, okay. I don't know, bei mir hat das eine andere Farbe, ich weiß nicht wieso. Tschüss. Bei mir ist es auch anders. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Moin Pommes. Jetzt bin ich gespannt. Uns fehlen noch drei Hebel, das kann doch nicht sein. Bist du irgendwo? Doch, zwei hier und einer drüben drüber. Oh, stimmt, stimmt. Ja, ich sag dir mal die Symbole an oder schau sie bei mir an. Kriegst du die hin? Ja, ich kann mal zuerst machen, hast recht. Ja. Also, dann will ich mich gerade strecken. So, wo sind wir denn? Hier. Ja, da ist der Hebel gedrückt. Perfekt. Ich hole ihn aufs Grundamm. Ich kann wahrscheinlich auch runterholen, aber gut, hol du runter. Und, okay. Warte ab, lass mich runtergehen, Hebel betätigen und dann musst du ihn hochschicken. Der erste Hebel war ich, der fieseste. Hm. Okay. So, ich lass den aufs Koch bringen. Okay, bist du draußen? Draußen. Ich glaub, ich muss hier dann waschbär noch steep holen. Was holen? Steep. Was ist die? Äh, eine Art Schnee, also, äh, das Robots, Gear, Wings, Youth. Dann hol runter. Ich hole mich immer noch runter. Die Tür ist offen. Alles klar. Dann warte ich auf dich. Oh, oh, oh. Okay. Jetzt in Lava reinfallen. Aha. Ich müsste eigentlich bloß von oben drauf springen, dich unten untertauchen lassen, sobald du weggebrotzt bist, müsste das Gewicht ja wieder leicht genug sein, mich hochzuziehen. Yay, gut Job, ganz von alleine, raus hier. Wow, also ich glaube, dass wir so weit raus sind. So schnell sieht man es gar nicht. Oh. Yeah. Uh. Du bist oder Tafel, komm. Ja, du bist aber wieder doppelt. Du vollidio Tafel, wir waren schon draußen, wieso läufst du wieder rein? Ja, du bist oder Tafel. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020